Wir sind hier wieder bei Kistensimulator. Hatten uns die ersten schon geholt und uns fehlen noch zwei. Laufen wir einfach erstmal hier in die andere Richtung. So viel Platz und keine Gegner. Warum? Da oben eine Kiste drauf. Ah, wahrscheinlich gibt es hier irgendwas, was mir jetzt auch gezeigt wird. Genau, da sind wieder die Blumen als freundliche Erinnerung, dass man doch mal nach versteckten Sachen schauen kann. Die bewegen sich wenigstens nicht, da kann ich gut mit leben. Gut, das schaffe sogar ich. Dann fehlt uns jetzt nur noch eine Kiste. Das hier sieht doch so aus, als könnten da Pilze rauskommen, oder nicht? Bilde ich mir das nur ein. Aber von da kam ich ja nicht mehr weg. Dann scheint das hier der Einzige zu sein. Beziehungsweise ich kam von da und hier geht es noch weiter. Wunderbar. Gut, das ist offensichtlich. Jetzt mal hier lang. Hier gibt es eine Flasche. Eine goldene mal wieder. Muss ich echt mal so in der Aufnahmepause schauen, ob da irgendwas in der Galerie freigeschaltet wird, die es ja im Menü gibt. Still und dunstig. Jetzt ist es hier. Aber extrem. Jetzt sehe ich hier aber nichts. Hier geht es. Hmm. Fehlt da noch eine Kiste, oder? Habe ich da gerade was vergessen? Hier war nichts. Habt auch noch nicht alle, ne? Irgendwo fehlt mir noch was. Okay, ich schaue hier nochmal rein. Also, ich habe jetzt kurz die Befürchtung, weil ich hier drin keine gefunden habe, dass ich was vergessen habe. Äh, okay, auch ein netter Wack. Wann hier hinten in dem Düsteren echt nur so zwei ömmelige Kisten zum Zerhauen und sonst nix? Ah, warte mal. Gibt's, kommt hier vielleicht irgendwo an so einer fiesen Stelle ein Pilz raus? Alter, das ist aber echt dunkel. Scheint aber nirgends ein Pilz zu kommen. Warum geht hier so eine... Ach. Hey, Leute, sonst macht die Pilze auf grünen Flächen, damit man erkennt, dass da einer kommt. Ach. Ach. Es sind so kleine Sachen, wo ich mir denke, das könnte man nur ein bisschen, ein ganz klein wenig konsistenter vielleicht machen. Da drüben gibt es wieder Ameisenpornos, da ist die letzte Kiste. Da ich mich... Ich werde mal schauen, dass ich mir vielleicht versuche, noch die Zähne zu holen, denn wenn ich mich richtig dran erinnere, dann wird man nach der Kiste direkt zurückgeschickt nach der letzten. Zumindest war es bisher so. Siehste? Ach, das Bild kennen wir doch in abgeänderter Form schon. So, lass mal kurz überlegen. Also, ich würde sagen, der Kopf muss nach hier. Das heißt, wir müssen das nach hier holen. Das muss da drüber sein, das ist okay. Dann muss das rote Ding nach hier. Okay, das dürfte schaffbar. Sein, ich überlege jetzt gerade. Das dahin muss. Das dahin. Ich versuche es mal so. Bin gerade... ...nicht ganz sicher, ob das... ...so hinkommt. Das Tor ist offen. Nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Ja, immer weiter hoch. Hätten Sie ruhig mal ein anderes Bild machen können. Okay, der Drache war jetzt anders gekringelt. Aber... Warum haben Sie denn nicht eine Ameise ohne Oberzell gemacht? Aber gruselig ist es immer wieder. Ich habe jetzt Angst vor Rucklern, nicht. Aber vor... Eigentlich hatte ich vor neuen Gegnern Sorge. Kann ich dich von hier erschießen? So, wo willst du meinen Blick hinlenken? Da hinten. Wohin hätte ich denn sonst gehen sollen? War das ein Knarzen wie von Gegnern? Oder war das einfach eigentlich ein Knarzen, weil ich ein alter Käfig bin? Es ist auf jeden Fall jetzt ein Knarzen, weil ich ein Gegner bin. Schaut. Das war aber der Einzige. Zumindest für jetzt. Da drüben ist wieder so ein Ying und Yang Tor. Deswegen laufe ich natürlich erst mal hier lang. Weil hier drüben gibt es was zum Kaputzschlagen. Nein, ist ja ein Skandal. Und fast hättest du hier die Schweineschnauze übertönt. Gut, ohne die wäre es wohl auch nicht gegangen. So zwei ömmlige Gegner. Eine Erinnerung. Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit tausend Schlüsseln geöffnet werden. Ja, man könnte statt einer Haarlocke auch Ohrenschmalz nehmen. Manche finden das bestimmt ganz toll. So, warte mal. Ich war ja von hier gekommen. Wo geht's denn dann jetzt? Ah, wahrscheinlich da hinten. Komme ich von hier da auf den Käfig drauf? Oder muss ich da, ich glaube, ich muss nochmal da rüber. So, das geht nämlich auf jeden Fall. Und dann geht das genau. Lass ich den Käfig noch einmal wieder runter gehen. Und dann nur wieder hoch. Was? Ach, hallo. Ach, das war der ihr. Genau. Wie konnte ich es vergessen? Jey, mitten im Sprung gedreht. Die Tür ist aufgegangen. Ich dachte schon, da grunzt wieder irgendein Gegner. Ach nee, Tee-Pütte? Echt? Du da, komm näher. Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das einmal eins bis zur elf. Ich, ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeugt mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Na, natürlich. Äh. Äh. Oh nee, so, so. Verdammt. Geh aus dem Modus weg. So. So ein ganz großer und dann noch ein paar von denen. Ich, äh, werde so viel Spaß haben. Wie machte man den nochmal? Das war, glaube ich, äh. Mit der anderen, ne? Au. Verdammt. Jetzt auch noch solche. Hör auf damit, bitte. Und du, lass mich bitte auch in Ruhe. Au, au, das ist aber echt scheiße gerade. Das ist echt beschissen. Ähm. Nein. Ich kann mich ja hier kaum bewegen. Ja, da oben den Stein ziehe ich ja nicht weg. Vor allem komme ich jetzt da oben nicht an den Stein. Das macht mir hier die meisten Sorgen. Nein. Verdammt, nein. Nein, 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 nein. Nein. da stehe ich aber gerade mal ganz doof nein oh gott ja natürlich will ich fortfahren was ein spaß nein 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 nicht auffressen nicht auffressen nicht auffressen man vielleicht doch vorher schon zu irgendwo da oben ist der stein ich glaube da komme ich nicht hin kamera nein 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 lass das nicht aber ihr kriegt mich muss man immer zwischen dem schnellen und dem langsam glaube ich wechseln den stein krieg ich ja so nicht weg ich dachte ich könnte ich mit dem einen hier stoppen das ist natürlich der falsche habe ich das auch noch super gerade verpasst ja jetzt bist du schon wieder abgeschirmt so oh muss ich jetzt nutzen während du da so rumhängst ich habe immer noch angst dass das schief gehen könnte nee das hat wohl geklappt nein jetzt nicht an denen sterben das wäre peinlich ach wäre ich hier etwa während des Kampfes hochgekommen okay ich glaube ich hätte mir das ganze deutlich einfacher machen können ach da drüben ist noch so ein stein wie komme ich denn jetzt dahin ich mache erstmal das ding nicht kaputt also hier komme ich ja so nicht hoch aha das wurde da drüben angezeigt ein Flüsselloch kommst du mich hier hinterher oder bin ich hier sicher er ist eine flasche so viel zeit muss sein dann hier hin da ist der böse stein bäms wenn ich den gong schlage wacht er bestimmt auf ja wie gut das frische immer mit einem gong auf dem rücken rumlaufen warum genau hattest du das im magen ich würde sagen dieses mysterium klären wir dann einfach in der nächsten folge ja ja ja